ich habe jetzt ruhig mal wieder aus ich finde das ein bisschen mehr fun als ja genau da mache ich bock jetzt habe ich hier keine vorteile ich bin jetzt level 1 aber die sind auch nicht so level ich glaube das wird immer so angeglichen level oder eben gar nicht so drei und vier sind da wir sechs und eins aber die einige waren ja irgendwie level 14 schon also ja aber ich meine wir haben einfach nur glück wobei ich weiß nicht wie wir gespielt mal sehen wie das wird hier das ist in seiner anrufe nacht und natürlich wer diese level wie sich gegenseitig ich habe meinen kuchen durch dein portal geworfen funktionierte am fernseher verfolgt mich hier die ganze zeit der tasmanische teufel stelle checkt den tasmanischen detail er war zweiter alle ich habe nicht wirklich etwas geleistet hier haben wir sie aufgeben dann schneeballer dafür schneeball kann man von dem himmel da irgendwelche dann schneemann ok jetzt höchst du aus musik ja irgendwie ähnlich wie es da muss ich gehe da kann ich dir schon mal sagen von dem meck aber ich bin riesig nein diese schneeflocken haben ihn abgeblockt gesagt ich habe ja ich habe mich vergrößert macht ihr fertig ja ich bin aber ja schon voll ausgeglichen da die laufend lichter nein nein das ist es ist das ist ah 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 oh 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 nein nein hat gesagt warum mussten alle getränke extra groß sein manchmal verstehe ich irgendwie nicht manchmal kann ich irgendwie nicht unterscheiden wir haben schreien jetzt entweder du da tom und jerry du bist ja nicht mehr mord hier war wichtig die ganze zeit eingefahren wenn ich irgendwie voll konzentriert ja was meine überziehen Tom Nein Einfach den raushauen oder Der war so von mir weg zu rennen Nein Äh Immer wieder hier abhaut Noch mehr mit dem raus Egal, dann noch mehr mit dem raus Alter, was ist denn da? Das ist mein Taunt I get shrifty Thank you Thank you Thank you No, please You're too kind Oh scheiße Ihr Wichser Prepare yourself Jetzt nur noch Die messer gebracht Wir haben unsere knallen auch dabei Es ist nur noch sehr viel schmerzhaft dafür Die seien wir nie auf die fresse ging Irgendwie schon aber Ich bin Weg Ich bin nochmal größer geworden Was? Ja, ich habe nochmal geschossen Aber der hat mich verwandelt Scheiße Here's something no science can measure Oh, 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 oh Bonk Nein Fuck Everything is fine What do you think about that? Ich habe es gesagt Nein, ich will nicht aufheben Nein, ich bin rennt hier Ich bin nochmal what I'm pretty close to death I'm pretty close to death Teebecken hat sich ausgesehen Am Teaback hat sich gesehen das wird man nur die beine raushauen das schafft man nicht mehr dann ich weiß nicht weil auch die ein bisschen ernst gemacht wir haben den tos verdient und du auch und diese 14 dann muss das ein cheater sein was an dieser spiel aus spiel da war das neben aufb das ist ein resort so einfach weg geboxt keep it together hi ich kann auch nicht ecke oder oder ich habe mich gerettet darf ich auch mein raket reiten kollegen also wenn wir normal muss spielen ja dagegen kommen wir gewinnen halbweg dating sim e-sports da ist der dating sim e-sports dating sims e-sports ja hat wohl einer große träume er kann bei kuchen ablocken das mache ich ihn jetzt der daniel sagt er so als wäre da irgendetwas schlimmer sehe ich bin ich x es verwandelt dann hier sind da doppelte schatten fertig ja der könnte ich nicht so gut wie man sowieso langsam herum fliegt all right here's the plan there for my tesor und dann beide monat er hat sich zu mir hingezogen okay okay dabeht dabeht eindeutig eindeutig hatten wir jetzt auch nicht gewonnen und ihre 20 jahre aus mit mich nicht überraschen aber ich bin der lacht endlich mal freigeschaltet ihr warum nicht du bist zu überpowert dann los rein und raus aber noch unsere sachen speck nur die eine er ist auch schwerkraften manipulation okay dann sind vielleicht die tresoren so langsam der vorher war doch nicht dass ich so schwer in zeitlupe durch die gegend geflogen sind oder lustig die stimme von eltern fällt mir gerade auch dann ist die stimme von christian bale also von den etwas neueren also mit dem joker die fletscher dass die deutsche stimme von dem ich so einen riesigen kopf aber dass man darf nicht akzeptiert die kannst du sagen was für mich denn hoch machen wenn ich auf die schieße irgendwie schießt er nur auf den boden wieder in schläger von super spaß gehört ich ja ich glaube das batman der hat bei den hand gab ist das was ist das okay haha did I have to make you drop kick this isn't over yet let's call the deterrence oh Gott, der hab ich geabverkastet. Ich auch, fuck. Nein, mein Tresor. Ich könnte ins Wagen. Jetzt habe ich dich vergrüßt. Linksseitiger Spezialist. Aber der abheimen. Was will der abheimen, hat der Gift? Abheimen, nicht ab. Ich hab abgefahren. Oh Gott. Ich hab den Kuchen in die Frister geworfen. Ich hab den Kuchen in die Frister geworfen. Ah. Was? 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 wir hatten uns einfach draußen dann stehen sie einfach nur bedrohlich ich bin gar nicht getroffen zu spiken gerne ich habe immer gern mit bowser gemacht ich glaube wir gehen auf mich so gott gott ich habe dann immer wenn ich so gut wie tot bin eine verwandt sich gedrückt ich habe den traseur geholt als die klappe hat gehört ist eine frau geht zurück in die küche also gehört das ist ein raushaar da gibt es eine enttäuschung für deine familie die auf den giganten lustig von einfach treffen vielleicht auch nicht viel besser da ist mein versorger hat durch dein portal geflogen mit dem retten hat üben war noch mal irgendwie so viele musik und den du bewegen kannst ich habe keine ahnung weil ich sehe nicht manchmal irgendwie gar nicht bewegen aber den trisor deine mit rein ich wollte noch mal dann kommen sie noch mal mein musiker buchen buchen aber ich kann mich in meine rakete einbuddeln ok nicht nein 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 Ich muss was richtig machen. Oh All right Oh 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 Wenn ich auf den dicken los Anstoß Dicke 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 Geht doch Dafür gebe ich den und sonst ein Toast auf unsere Ah jetzt verstehe ich What I I I I I